Wir sind heute im Türchen des Adventskalenders und haben euch eine Feuerillusion mitgebracht. Das war noch nicht alles. Wir haben nämlich zusätzlich jetzt noch eine Mutprobe vorbereitet. Da wirst du jetzt noch nichts von, aber das ist gar kein Problem. Gib mal deine Hand her. Nein. Doch, vertrau mir. Schau mir in die Augen. Habe ich noch nie gemacht. Nee, nee. Halt sie auf. Aua! Hör mal, geh. Ich zeige dir mal, wie das ist, weißt du? Kinder, macht das nicht zu Hause nach, macht das in der Schule. Aua! Ja, und war heiß, oder? Ja. Kannst du eigentlich deine Gedanken nicht kontrollieren? Nein, ich bin doch nicht bei Star Wars. Ja, aber das funktioniert, ja. Also man kann seinen Geist so konzentrieren, dass man keinen Hitze empfinden hat, ja. Weißt du, wie das funktioniert? Nein. Genau. Ich aber, und zwar mit Spekulatius, ja. Es gibt eine sogenannte Spekulatius-Hypnose. Ganz, ganz, ganz neu, ja. Gerade im Dezember auf den Markt gekommen, und ich zeige dir jetzt diesen Spekulatius, ja. Und konzentriere dich doch einfach auf diesen Spekulatius, ja. Ja, und es ist jetzt gleich so, umso mehr du dich auf diesen Spekulatius konzentrierst, umso entspannter bist du gleich, umso mehr läuft dir das Wasser auch in den Mund zusammen. Es ist jetzt gleich so, ich werde gleich bis drei zählen, dann wirst du diesen Spekulatius essen. Und solange du diesen Spekulatius kaufst, wirst du kein Hitzeempfinden spüren. Wenn du ihn runterschluckst, dann hast du erst wieder Hitzeempfinden. Du bist entspannt, du hast kein Hitzeempfinden. Und eins, und zwei, und drei. Hallo Phil, geht's dir gut? Guck mal, ich hab hier so ein Spekulatius, ich würde jetzt ganz gerne mit dir das nochmal machen. Probier einfach mal. Gib mir einfach mal deine Hand, ja. Halt mal hier drüber, wir machen nochmal so eine kleine Mutprobe. Ja, geh ruhig ein bisschen. Ja, und? Spürst du dich an was? Aber Spekulatius ist lecker, oder? Ist schon, äh, ja. Ist so, kauf ruhig langsam, ja. Nimmt ja im Augenblick wirklich keiner was weg, ne? Also, äh. Gut. Und, ist alles klar bei dir, oder? Jetzt schluck mal runter. Aua. Boah. Aua. Aber so? Womit? Also, jetzt war es doch jetzt okay, oder? Ja, also, eigentlich hat alles geklappt. Also, frohe Weihnachten. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ja. Wenn mich nur noch mal, ja. Aber so – Na, ich bin noch mal. Aber so? Ich bin noch mal. Vielen Dank.